hallo liebe leute willkommen zurück im daily ranking heute mit atlas reactor und endlich geht das ranking wieder weil die season ordentlich angefangen hat und wir können wieder spielen kein für sie booyah pro feuer power whatever i don't care ich könnte ihn spielen ja ich könnte ihn spielen da wurde ein rask gebannt das ist interessant ach so und jetzt wurden ja die die entsprechenden charakter ein bisschen umgebaut lol da ist der instapig da kann ich ja dingens gehen zum beispiel doppel doppel wert auf das wäre glaube ich eine sinnvolle variante er hatte gerade noch feuer power drin ja jetzt haben wir für das pick überhaupt kein feuer power okay dann würde ich super nehmen denke ich so ist immer ganz nett und auch ganz nett swap ich kenne jetzt ein request man kann gar kein log mehr machen das interessant früher konnte man ja einfach block den ganz klicken und aber gut und karen matsch so ist das spiel jetzt rasch euro ok der ok der quark wird wahrscheinlich unser asana und das andere fordern demnach kann ich gar nicht so viel machen kann ich gar nicht so viel machen use my bond on you on you turn three let's go ok ok die wollen reinrushen bzw der quark wird reinrushen ich weiß nicht ob er sagen dass es überhaupt so aufgefallen ist was ist das denn für ein zeichen hier ist das irgendwie ein master oder hier challenger zeichen irgendwie sowas in der richtung ja der hat auch noch so ein ding was soll das denn sein ich habe nie gesehen das zeichen hm komisch sensuale was als du mich kaufen musst du von den kommenden dann abrufen keine ahnung hier mal was wie das ranking läuft um wir gucken was haben das denn auch darüber okay die steuerung zu recht kriegen und guck mal ob da jemand rein will wenn ich sagen jemand deckung falls da jetzt jemand reingelaufen kommt von der seite ansonsten könnten die natürlich auf der anderen seite sein und die haben die und eine l l ist nicht so geil da ist schon mal gar niemand da bin ich schlecht positioniert ich traf zumindest noch was kommen wir halt nur gerade so vorbei dass ich noch treffe bisschen doof ok die gehen da voll rein krass das war absehbar 40 ins gesicht das ist bitter hier für ihn der ist aber nur gerade gejumpt ich glaube nicht dass ich beide reinkriegen würde vielleicht doch der wird ausweichen denke ich oder gehalten und vielleicht trotzdem noch ausweichen und er sollte ausweichen jetzt gibt es diese herzlichen dinge aber noch uuuhhhhhh das war knapp hmmm treff ich nicht das ist doof das ist doof und dass ihr euch getrennt habt war richtig kacke muss ich jetzt mal so sagen wo soll uns eigentlich heilen anstatt dort rum zu rennen anstatt dort rum zu rennen anstatt dort rum zu rennen hmmm hmmm mmmm hmmm hmmm jaaah belich gericht eh ich hole mal die maids für nächste runde und dadurch ist gerade so ausgelaufen hatte schon gehabt da war niemand er kann theoretisch noch nicht ausweichen 32 kann aber auch wir 32 machen sie wird ausweichen denke ich aber das doch titus theoretisch ist doch quatsch der block doch gar nicht nach so er will den schuss oder geschafft aber ja das nicht sogar ich habe noch eine runde davon die wird ausweichen ich versuche meinen zu treffen ok da war ich nicht aus ich dachte ich traue dir schon jemanden zu viel zu hm du lili 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 du lili hier Ja verdammt, ich hätte meinem Eingebungen vertrauen sollen, dass ich dahin gehe. Ich will sie alle töten. Locken! Das ist kacke. Ich wollte da schön ausweichen und hab nix gebracht. Das läuft grad nicht so mit meiner Suki. Das ist dein Leben. Dein Leben, um genau zu sein. Ja, aber sie hätte mich dann sowieso gesehen. Okay, wenn ich dahin gehe. Ja, das... wenn das voll reinengaggen, der und der... wenn beide voll abgehen. Denk ich, zumindest. Also, das würde nahe liegen. Das ist die voll engagend. Theoretisch würde Aurora stehen bleiben, weil die hat die Heilung nicht bekommen. Das hat er ordentlich. Schade. Ich muss meine Ulti benutzen. Was? Achso. Ich nehme die beiden. Okay. Krass. Au. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Ich will jetzt nicht mal ne Ulti machen, weil die alle ausweichen können. Das wäre voll doof. Die Heilung verstehe ich nicht. Das ist nur für die Energie oder was? Ja, er reicht aus. Er reicht aus. War irgendwie logisch. So. Jetzt machen wir rein. Mal sehen, was wir treffen. Er kann immer noch Weltkatalysen, aber ist die Frage, was er jetzt noch tut. Es ist gut, dass du in der Welt bist. Hm. Wow. Ja, aber ne, haut ab. Ist das kacke. Deswegen will ich meine Ultima nicht benutzen. Es ist egal, aber es ist wertvoll. Für mich, nicht du. Ich nehme Idiot. Hm. Das hat ziemlich viel Aue, aber nicht genug. Mein Schocker ist mein Silencer. Und... Es läuft nicht. Ah. Und diese Connection... Ich will mich auf den Welt. Ich kann nicht treffen. Schieße nochmal da hin. Für den Fall, dass da jemand ist. Absolut. Absolut. Das ist aber ne dumme Idee. Ich hätte da eigentlich eine Entdeckung geben können. Wer bist du? Tod? Oder tot? Double das Spaß. Du weißt, ist unser Koak jetzt tot. Warum auch immer. Die Falle nimmt mich einfach schießt. So scharf, du wirst es nicht fühlen. Jetzt. Ich weiß, ob ich das richtig vermutet, wo er ist. Das ist eine Free Action für ihn. Fuck. Das ist ungünstig. Nicht lecken. Oh, ja. Ah. Nice drive. Wir haben das leider noch nicht. Ich bin weg. Das war ein bisschen offensichtlich, was er tun will. Oh, ja. Führende Weißvinger. Ich bin weg. Zu unserer Weise finde ich unser Quark halt zu wenig. Meine resolve bleibt gut. Oh, nein. 5 Runden remaining. Bleib auf. Bleib auf den. Bleib auf den. Da stand ich nicht so drauf, den Treffer. Schieß doch auf den. Der kann nicht mehr auf den. ausweichen er kann nicht ausweichen und ich hätte nur noch einen schuss gebraucht immer noch mit blackburn genau tot aber nicht blackburn schießt auf irgendjemanden da unten bitte er schießt auf niemanden das natürlich auch gut hoffentlich reconnected blackburn ist aber nicht ein problem hätten es töten können das ist bitter jetzt muss ich mal kurz nachgucken die konzern ziemlich ordentlich auf einen machen es kann nicht das ist ein bisschen doof warum aber sie ist also drauf stehen können oder was ich traf sie aber doch mal BAM! Oder er ist tot. Oder? Ne, ist er nicht. Ah, aber da hat niemand rum. Hm, ich kann nicht hinschießen. Der ist über die halbe Map. Ich kann doch nicht hinschießen. Immer noch. Wird er wohl kaum reinräumen, hätten wir in mich. Ah, fuck. Falsches Positioning. Wie gewinnt, wenn er den hier unten tötet? Er hat davon aus, er benutzt, was er zur Verfügung hat. Au! Ich habe zurückgekehrt. Letzte Runde. Ich habe mich an meinen Sticky Bombs benutzt bisher. Tja. Ich verzweifle mal, dass sie ausweichen wird. Wir hätten halt Aurora richtig fokussen müssen, wo wir sie hatten, aber ne. Hatten wir halt keine Lust zu. Er wird jetzt unten. Jetzt bin ich sogar tot. Nämlich nicht. Aber es war ziemlich geil. Das lief nicht. Ich soll doch wieder Papp spielen. Das kann ich wenigstens besser sein. Ich habe viel zu wenig Damage gemacht. Ach, kacke. Das lag an mir. Nächste Zeit. Ich bin hier, glaube ich, auch in einem Level eingestiegen. Weiß nicht. Aber ich habe noch mehr Damage gemacht, als der andere Damage-Dealer von uns. Und damit haben wir beide viel zu wenig gemacht. Wenn wir hier angucken, 600 ein Logboot. Und 500 die gegnerische L, wenn man da mal reingejumpt ist, anstatt unsere Range zu benutzen. Und dann hat da halt einer von uns auch noch einen Disconnect. Ah, das war alles nicht so geil. Aber das war zumindest diese Folge wieder im Daily Ranking. Ich habe wieder trotzdem ein bisschen Spaß. Nice. My Division Bronze 5. Nice. Achso, man fängt jetzt immer hier unten an. Ich vergaß. Haben sie ja geändert, ne? Also man fängt jetzt immer in Bronze 5 an, wenn man spielt. Und in Bronze kann man keine Punkte verlieren. Sprich, immer wenn man verliert, ist es scheißegal. Man gewinnt nur Ranking Points und spielt sie sozusagen langsam nach oben. Ich glaube, erst im Platin gewinnt man genauso viel, wie man verliert. Vorher kann man einfach spielen und steigt langsam auf, solange man ungefähr 50% der Matches gewinnt. Ja, das habe ich auch vor. Also, bis bald. Bis bald. Bis bald.